Da unten ist schon wieder ein Bahnhof. Crafting, okay, alles klar, hier sind wir richtig. Hä? Ich frage den Weg der Aufseherin, aber doch nicht da lang, oder? Wieso das denn jetzt? Achtung, hier spricht der Bürgermeister von Grafton mit einer Prioritätsnachricht. Arbeiter planen eine illegale Demonstration hier in Grafton. Hiermit verpflichte ich alle bewaffneten Bürger zur Niederschlagung dieses bevorstehenden Aufstands. Das sieht super schön aus hier gerade, der Sternenhimmel. Hier muss irgendwo, ich gehe mal zu der Station. Event verlassen, ja, leck mich doch. Das ist mir doch gerade egal. Trading Post, äh, guck mal doch mal. Spielt weiter. So, was haben wir denn hier? Munition. Ich mache mal hier 10er. Wow, das war's. Raketen kann ich basteln. Was ist das denn da? Das sieht aus wie meine Kiste. Ich bin zum Handel mit Vorräten und Ausrüstung autorisiert. Okay. Können wir gleich machen. Warte, ich sag mal eben das Klopapier ein, dann können wir handeln. Ich wollte nochmal kurz den, äh, gesamten Schrott hier. So, und dann einmal hier R. So, Schrott lagern, 482. So, Munition. Guck mal, jetzt nehme ich diese Munition wieder, weil ich direkt daneben bin. Was habe ich hier noch? Mit Taschen? Das kann ich zum Beispiel verklickern. Äh, nein, das nicht. Silberstreif am Horizont. Wer hat 110? Ähm, Hausdauer plus 1. Verkaufe ich jetzt noch nicht. Die sind auch ein bisschen was wert. Egal. Wenn sie Vorräte einzutauschen haben. Zeig doch mal, was hast du denn alles. Ich verkaufe, ich verkaufe Splitter-Minen. Dann verkaufe ich Baseball-Granate. Äh, 125, 200 Splitter-Granate. Ich verkaufe zwei Plasma-Granaten. So, solange der Vorrat reicht. So, solange der Vorrat reicht. Ich verkaufe... Was? Das Ding. Dann verkaufe ich... Was war hier mit diversen H-Klammern? 50 Stück. Was kostet eine H-Klammer? Ein. Und hier zahle ich 12 für 4 oder was? Was? Ne, ich zahle 12 für eine H-Klammer. Wirst du mich verarschen? Was sind das denn für Preise? Ein. Ich habe keine Munition, die ich verkaufen kann? Der kauft nicht meine Munition? Was ist das denn für einer? Na Gott. Munition und andere Vorräte sind hier verpfiffbar. Mhm. Blutpaket ist natürlich ganz nett. Zwei Stärke, zwei Ausdauer, okay. Äh, maximale Gesundheit. Hui, die sind schon nicht schlecht. Fugy. Interaktives Flux. Ich weiß noch nicht, wofür das gut ist, aber ich glaube, das ist gut. So. Mentats. Da haben wir hier Luca-Cola. Quantum. Anforderungen sind jetzt für ein paar Mal. Dann haben wir hier... Schinken, keine Ahnung. Stimpacks verdünnt, Stimpacks. Kaufe ich mal. Bereit zum Handeln mit Vorräten. Weiß ich nicht, was hast du denn? Und Ausrüstung. Gurtzeug. Waffen, aber der hat nicht wirklich was. Okay. Munition, Automat. Was? Was? Wo ist das teuer hier, ey? Ach, das kann doch nicht wahr sein. Schon wieder, ey. So, da bin ich wieder. Das ist jetzt das zweite Mal, glaube ich, innerhalb von einer halben Stunde, dass ich hier voll vom Server fliege und auch noch ausgelockt werde. Das ist doch ätzend. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass es häufiger ist als vorher. Nach dem Update. Hey, das ist ja Verschlimmbesserung. Gib mir das auf die Eier. What the heck? Wo kommen die denn alle her? Macht ihr einen an der Klatschen? Willkunde mal. Brauche ich mal kurz. So trägst du mich. Toll, keine Munition mehr. Das ist doch super. Ich muss mich einmal so zählen. Was soll das sein, soll ich denn? Gibt's doch nicht. What the heck? Wo kommen die denn alle her? Ach, hört doch auf, ey, was? Kommt mir nicht zu nah. Mann. Wo kommen die denn jetzt alle her? Ist hier irgendwo ein Nest oder was? Ähm, warte mal. So. Keine Ahnung. Ich soll hier doch irgendwas ausschalten. Das ist ja Event. Das nervt. Das nervt mich gerade schon wieder. Ich bin echt genervt, dass ich hier schon wieder rausgeflogen bin. Und dann kommst du wieder auf irgendeinen Server und auf einmal ist alles anders. Auf einmal hingen hier tausende Roboter rum. Vorhin waren es noch Gule. Ne, ne, Gule. Dinge, das weiß ich schon. Hast du ja selber gesehen. Kommt mir halt nicht auf. Mutanten meinte ich, ne? Mutanten waren es. Eine Kampfflinte. Interessant. So, die waren alle auf einem Haufen oder was? Muss ich hier... Irgendwo hin? Was sind die Aufseherinnen? Und sonst komm ich hier nirgendwo rein? In die Kirche? Was ist mit dem... Was ist mit dem Sender? Hier qualmt's? Die Häuser. Die sehen alle sehr zu aus. Ich guck mal kurz hier oben. Ja gut, jetzt sind wir dazu. Hier ist Radioaktivität. Was? Also zählt von einem Gule an alle, die noch leben. Viele von uns haben Dinge verloren, die uns einst wichtig waren. Unsere Stimmen, unsere Haut oder unseren Geschmack sind. Ihr musstet mit ansehen, wie euer Liebsten sterben. Aber ihr musstet nicht einsam und alleine leiden. Im Osten entsteht in den Überresten von Capital City eine neue Gemeinde, die von Leuten wie euch aufgebaut wird. Wir werden von hier vor... gehen. Was ist passiert? Was ist passiert? What the fuck? Ich hab mich drauf ge... Was ist passiert? Ich versichere Ihnen, dass deine Roboterbetreuer alles unter Kontrolle haben. Ich versichere Ihnen, dass deine Roboterbetreuer alles unter Kontrolle haben. Geben Sie Geld aus und spenden Sie auf jeden Fall für meine Wiederwahlkampagne. Was ist passiert? Wo bin ich denn jetzt? Töte das Monster von Grafton? Habe ich irgendein Monster gekillt oder was? Herr im Himmel. Wo ist diese scheiß Kirche jetzt hin? Das Monster von Grafton ist das geliebte Maskottchen unserer Stadt. Ach ja? Äh. Und das ist wo? Holy shit. Und das ist where ich von mir. Leckum hier Alter What the fuck Was ist hier los? Was ist denn da los? Ja, natürlich spawne ich ihn craften Wo denn sonst, Mann? Wo bin ich hier? Supermutter Verrecke Ach, was ist denn das für ein Scheiß? So, Kleidung Ey, was ist denn hier los? Ey, was ist das für ein Scheiß? Ich raff es nicht Was ist denn hier mein Fehler? Ähm, Kleidung Ich setze mal die Maske auf Ich weiß nicht, ist hier Gift oder was? Ich, ich Ich geh hier nix mit Ich muss mir das mal angucken im Dings Wenn ich, wenn ich es schneide Ob ich dann erkenne, wo ich nicht gestorben bin Also jetzt habe ich irgendwie Leute, verpisst euch doch mal alle Wo kommen die alle her? Was willst du denn? Und warum haken die hier so? Ich verliere schon wieder die ganze Zeit Und das verstehe ich nicht Hier bin ich gestorben Hier sind aber nicht für meine Sachen, oder? Nee Äh, ich weiß nicht, was hier los ist Ich folge dem Weg der Aufseherin Ich weiß nicht, was hier los ist Ich verliere die ganze Zeit Energie Keine Ahnung Hör mal, ist hier ganz merkwürdig So Ah Es könnte nützlich sein mitzuspielen Aha Was habe ich denn hier jetzt gerade bekommen? Hm Ich hatte doch hier jetzt gerade irgendwelche Klamotten bekommen Bauplan World Boy Achso Das waren nur Baupläne, okay Na gut Jetzt sterbe ich nicht mehr? Ist ja interessant Willkommen in Grafton Sie hätten bestimmt keine Computer als Bürgermeister von Grafton erwartet Früher war ich Assistent des Bürgermeisters Na endlich Als sie nicht mehr zur Arbeit kam Habe ich für das Amt kandidiert Ich bin überaus qualifiziert Und die Stadt hat mich Wow Ich habe es abgeschlossen Diese Scheiße Oh What? Oh man Ich guck mal wo ich hin muss Wo ich zuletzt gestorben bin Das war hier Was haben wir denn hier noch? Aha Eine Säge Bin ich hier? Ein Safe Egal wo ich hier bin Hier gibt es ein Safe Das finde ich doch Dann nehmen wir alles mit Den hat scheinbar jemand gekillt Und dann kriege ich Wenn der jemand auskillt Kriege ich hier nichts mehr von ab Okay So Was ist das? Ich hasse das Stahlwert von Grafton Es gibt dort viel zu viele Arbeitsunfälle Wir sind denen egal Es geht ihnen allein um den Profit Darum habe ich gekündigt Ich wollte auch meinen Bruder Billy dazu bringen Dass er kündigt Aber er braucht das Geld Grafton Steel hat mich nicht verdient Sie wissen mich nicht zu schätzen Ich bin der beste Chemiker auf dieser Seite Von Das Mississippi Sie werden mich nie ersetzen können Das wird diesen Bastarden eine Ehre sein Hahaha Ja klar Gut Von mir aus Interessant War hier ein Chemieunfall? Also Ich habe keine Ahnung Was mich da gekillt hat Ich verstehe es immer noch nicht Kann mir immer einer sagen Wenn er Das sieht und Ahnung davon hat Aber ich meine jetzt hier Kein Gerater Wenn einer weiß Woran das lag Habe ich irgendwas übersehen Oder was? Lief da irgendwie die Zeit ab Oder so? Die Responder sind hier Um zu helfen Ja Hau rein Na klar Kampfflinte Stufe 20 Nicht schlecht Feuerrate 20 Das ist eine Pumpgun Und die Kampf Ich habe noch gar keine Pump Äh Kampfflinte Sie wirken ausgefungert Ich habe Nahrungsmittel Im Angebot Die verkaufe ich Und die andere Behalte ich und werde die in meine Kiste tun Denn Level 20 ist ja nicht mehr ganz so fern Sind Sie durstig? Ich habe vielleicht einige Getränke Dehydration Kann ich nichts mit ansehen? Na klar Gib doch Gib ran hier Ich muss aber Geld zahlen Aber was Ich muss mal checken was ich hier anhabe So Das ist was 9 9 9 6 Ok Lederrüstung Gedämpft Verschweißt Fallensteller Du behältst Bis zu plus 3 Auf alle Werte Ok Eigentlich nicht schlecht Was haben wir hier? Metallrüstung Ok das ist natürlich Schwachsinn Armeehelm Schutzhelm Ich steig wieder ein Pass auf Achso Hier Warte mal Waffen What Sange Die Responder Sind Keine Geschäftsleute Doch Ich bin Glücklicherweise Für den Handel Programmiert Mhm Mhm Fallensteller Linker Arm Das ist das Ding Was ich an habe Ich sehe das so leider nicht Lackiert Metallrüstung Linker Arm Hä Wollen Sie Einen Blick Auf meine Baupläne Also die waren auf jeden Fall doof hier Nicht Vergessen Selbst Ist Der Überlebende Ja ja selbst ist der Überlebende Alles klar Achso Baupläne Ja Warte mal Zeig mal Was hat er denn Ähm Ähm Krankenbett Schlagstock Single Action Revolver Ultra Leichtbaumetall Rüstung Keine Ahnung Ist die gut Bestärkte Lederrüstung Hm Waffen Tomahawk Okay Das sehe ich leider nicht Shit Warte ich muss ausziehen Ich muss ausziehen Sonst geht das nicht So jetzt habe ich nochmal Fallensteller Linker Arm Gucken Was ist das denn Elf Ah okay Okay Das ist jetzt auch die Frage Was ist besser Weiß ich die ganze in den Schwanz oder so Oder wie oder was Okay Waffen Ich gucke nochmal hier Das ist alles Gappes Kleidung Ähm Feinsteller Und die Ist eigentlich Ah Verkauf ich jetzt Zack Weg ist er Was habe ich jetzt hier Jetzt gucke ich mir das mal an Null 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 Das ist alles Minus 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 Also im Endeffekt Das ist Mist So Was Den Pack verdünnt Ist gar nicht mehr so teuer hier Das sind die Baupläne Single Action Revolver Mods Umgürtet Zerquetschtergriff Mistgabel Flammenwerfer Raider Powerrüstung Helmlampe Cool Okay Eine Helmlampe wäre schon geil Eine Helmlampe wäre schon geil Ich kann keine Munition verkaufen Das finde ich Äh Schon irgendwie scheiße Okay wir überlassen es dabei So Sind sie aus Vault 76 Ich bin ihrer Aufseherin Begegnet Sie hat Sich Über Den Bürgermeister Amüsiert So Eine Nette Dame Ist das Ist das So Wieso Glaube ich Ihnen das Nicht So Ich steige ein So Jetzt bin ich schon wieder über eine Stunde am zocken Und eigentlich Ich bin noch nicht mal dahin gekommen Wo ich hin wollte Das gibt es doch nicht Ich habe Nahrungsmittel Im Angebot Echt bin ich ausgewandert Aber nur Quatsch Aber zumindest Dann ist der Trading Bus Zumindest habe ich das jetzt hinter mir Diesen komischen Empfänger hier an und auszuschalten Achso Ich wollte aber immer noch dahin Wo ich umgekommen bin Wo war das denn Sollte hier irgendwo sein